Medizinisch-psychologische Untersuchung Bayram Ünalan MPU Ihr Albtraum? Zu viele Punkte? Alkohol am Steuer? Bogenkonsum oder zu schnell gefahren? Führerscheinentzug aus irgendeinem anderen Grund? MPU oder Idiotentest erforderlich? Jetzt sind Sie an der richtigen Adresse. Seit 1989 unterstützt Sie das professionelle Team Bayram Ünalan in türkisch und deutscher Sprache. Mit uns sind Sie auf dem richtigen Weg zur Wiedererlangung Ihres Führerscheins. Wir beraten Sie professionell den direkten Weg zu Ihrem Führerschein. MPU Bayram Ünalan Ist Ihre Führerschein wegen Punkte, Promille, BTM entzogen oder droht Ihnen die Entzübung? So sind Sie mit uns in richtigen professionellen Händen. Wir helfen Ihnen in allen möglichen Situationen. Ausatmen 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 Bis zum nächsten Mal.